Habt ihr mal wieder eine Sachfrage? Wir sind jetzt eine ganze Weile schon unterwegs. Warum hessen wir jetzt unterwegs? Wir laufen ja nicht unter dem Weg, sondern über dem Weg. Das müsste ja eigentlich überwegs heißen. Ja, das muss vieles anderes heißen. So ist eben die Sprache. Die ist redundant, weitschweifig. Ich gehe jetzt weg auf dem Weg. Wird ganz genau so geschrieben. Eine wie das andere. Aber ganz unterschiedliche Bedeutung. So ist es mit so vielen Worten. Ja. Und mit so vielen, die die Worte gebrauchen, wenn ich in gewisse Richtungen gucke. Ja, aber trotzdem müssen noch die alten Bergleute unterwegs gewesen sein. Deshalb. Ja, das passt. Die passt. Aber du sagst ja nicht bloß in Sachsen unterwegs. Ne. In Österreich auch. Du karkusch vor allen Dingen. Ja. Interessant. Sehr interessant, was er macht. Und auch Furcht, worauf er gekommen ist. Dessen sollten sich mal die sogenannten Wissenschaftler annehmen. Tja. Und ich schneide jetzt. Ich schneide, obwohl ich keine Schere mit habe. Cut. Darum. Jetzt Zähnenwechsel. Ja. Darum. 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 Wir gehen jetzt darum. Das siehst du gleich mal wieder, wie das mit der Sprache ist. Mit der Redundanz der Sprache. Dazu kommt noch die Betonung. Also das ganze Gelaber hat nicht viel Sinn. Man muss tun machen. Und darum gehen wir jetzt darum. Und darum halte ich jetzt die Klappe. Und das war auch eine Klappe. Schau an. Am Fischlberg liegt auch Schnee. Kannst du gar nicht wissen. Du hast dich gar nicht umgedreht. Ja. Ich habe hell gesehen. Ich bin hellsichtig. Ich bin auch heute. Tatsächlich. Alles hell. Ja. Ja. Dann fangst du mit der Kamera auf. Nee. Geht nie. Ich habe keinen Tee damit. Oh. Du bist besser als die KIs. Du siehst. Und deine KIs können das nie erkennen. Nee. Aber das ist so eine Sache mit den Hellsehern. Die sehen auch bloß das, wo sie ihre logischen Verknüpfungen machen können. Ja. Aber so ist es mit der Sprache. Siehe eben wieder. Hell, hell, hell und hell. Ja. Die Helle. Helle. Kommt nur davon. Nee. Da gibt es doch noch die anderen. Die. Oh. Ist das ein Wind? Ein Sturm? Hellengels oder was? Nee. Da gibt es ja noch die Schwarzseher. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. 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 Ja.